Heute geht es um das Feedback zu meinem ersten Duft Armbar 21 und damit herzlich willkommen bei Hansons Parfum Labor. Ich hatte ja letztes Jahr, als ich das Video zu dem Armbar 21 veröffentlicht hatte, darin auch gesagt, dass es sich bei diesem Duft um einen Prototypen handelt. Also es ist ein fertiger Duft, allerdings habe ich den jetzt erstmal auch dazu rausgebracht, um zu gucken, wie da euer Feedback so ist. Und zu diesem Zweck habe ich den Leuten, die letztes Jahr diesen Duft bestellt hatten, auch einen anonymen Feedbackbogen zur Verfügung gestellt, wo ihr halt eben den Duft, die Haltbarkeit und die Sillage bewerten konntet. Viele von euch haben auch das Freitextfeld noch genutzt, um mir ihre persönlichen Gedanken dazu zu schreiben. An dieser Stelle einmal vielen Dank an alle, die die Umfrage ausgefüllt haben. Ja, ich würde euch heute gerne da einen kleinen Einblick geben, was da rausgekommen ist. Vielleicht noch ein kleines Update zum Armbar 21 selbst. Es ist so, dass ich zwei Liter Eau de Parfum hergestellt habe und ein Liter davon ist jetzt verkauft, ein Liter ist noch da. Ja, und da an diesem zweiten Liter habe ich jetzt noch eine kleine Optimierung vorgenommen. Dazu sage ich euch später auch nochmal was. Also wenn ihr den haben wollt, das ist eher ein Winterduft, den kann man jetzt im Februar noch ganz gut tragen, auch im März, wenn es noch ein bisschen kälter ist. Im Sommer finde ich ihn ein bisschen schwierig, aber wenn ihr ihn im Winter noch ganz gern nutzen und tragen wollt, dann könnt ihr den noch bestellen. Gucken wir direkt mal in die Umfrageergebnisse. Ich habe die jetzt hier auf dieser Seite auf meinem Laptop, deswegen gucke ich manchmal so ein bisschen rüber. Wie ist der Duft an sich bewertet worden? Ich habe einmal abgefragt, wie gefällt euch denn der Duft so ganz allgemein? Und der Schwerpunkt der Bewertung lag hier auf der 8 von 10, also 0 würde bedeuten gar nicht gefallen, 10 würde bedeuten hat mir sehr gut gefallen und die meisten haben eben hier mit einer 8 abgestimmt, ein paar haben 9 abgestimmt, zwei hatten mit 7 abgestimmt, sodass sich dadurch im Durchschnitt relativ genau eine 8 von 10 ergibt. Jetzt muss man dazu sagen, es handelt sich ja hier um einen Nischenduft. Bei einem Nischenduft ist es gar nicht mal so wichtig, wie gut der Duft gefällt, denn bei einem Mainstream-Duft ist es natürlich wichtig, dass möglichst viele Leute sagen, ja, dieser Duft gefällt mir irgendwie. Und deshalb ist es halt aber eben auf der anderen Seite auch so, dass diese Mainstream-Duft sehr oft so ein bisschen weichgespült wirken, also die haben keine Ecken und Kanten mehr, um möglichst vielen Leuten zu gefallen. Dadurch verlieren sie aber eben oft auch ein bisschen Charakter. Und bei Nische ist es ja eher umgekehrt, also bei Nischendüften nimmt man in Kauf, dass wenige Leute sagen, ja, dieser Duft gefällt mir, man hat trotzdem Ecken und Kanten drin und möchte eben Leute ansprechen, die wirklich genau für diesen Dufttyp geeignet sind. Und das können dann eben auch gerne weniger sein. Trotzdem hat jetzt hier dieser Amber 21 eine 8 von 10 bekommen, was für einen Nischenduft schon ein sehr guter Wert ist, würde ich sagen. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt selber auch nicht gerechnet. Dann kommen wir zu den technischen Parametern, zur Haltbarkeit. Das ist ja ein Punkt, der sehr vielen Leuten auch wichtig ist heutzutage. Deswegen habe ich den natürlich auch abgefragt. Und wir sehen auch hier, dass der Schwerpunkt auf der 8 von 10 liegt. Es ist ein bisschen stärker ausgeprägt. Also viele Leute haben zum Beispiel auch mit 9 abgestimmt. Und auch ein guter Wert für ein Eau de Parfum. Also ich bin damit absolut zufrieden. Dann gucken wir uns noch einmal an, wie die Projektion Siege bewertet wurde. Auch ähnliches Ergebnis. Die 8 haben die meisten Leute ausgewählt. Und es gibt auch ein paar, die weniger gesagt haben und ein paar, die mehr gesagt haben. So dass wir hier auch etwas mehr als eine 8 von 10 dann im Schnitt erreichen. Ja, das waren jetzt einmal die Zahlen. Ich würde euch aber ganz gerne noch ein paar persönliche Bewertungen vorlesen. Und da würde ich ganz gerne anfangen mit einer Bewertung von der lieben Leni. Also die YouTube Leni, die hier auch Parfum-Reviews veröffentlicht. Der hatte ich nämlich zum Jahreswechsel ungefähr eine 10ml zugeschickt. Und die hat sie netterweise auch getragen, also bewertet und mir dann ein Feedback dazu geschrieben. Ihr müsst wissen, Leni hat ja mittlerweile so eine Größe auf YouTube erreicht, wo die auch sehr viele Angebote bekommt. Einfach sehr viele Dinge zugeschickt bekommt. Deswegen fand ich das umso schöner, dass sie sich dann mit einer zeitlichen Verzögerung die Zeit genommen hat, den Duft zu bewerten. Ich lese euch das jetzt mal vor. Hi David, bin nun endlich dazu gekommen, deinen Duft zu testen. Erstmal Kompliment. Finde es sehr cool, dass du mit deiner Kreation Farbe bekannt hast und einen richtig spannenden Duftcharakter kreiert hast und nicht versucht hast, irgendetwas zu kopieren. Habe mir extra nicht dein Video angeschaut, um meine Gedanken nicht zu beeinflussen, nur anschließend die Noten in der Beschreibung. Finde die Kopfnote mit ihrer würzig-fruchtigen Spritzigkeit sehr cool. Aldehyde kann ich gar nicht ausmachen, aber dafür Gewürznelke und eine ordentliche Portion Animalik. Kommt die vom Moschus? Patchouli, Vetiva und Amba kommen für mich im Duftverlauf gut durch. Sandelholz kann ich nicht entdecken. Finde es schön, dass er durchwegs eine dezente Fruchtigkeit bewahrt. Halt den Duft für eher männlich und eher für kalte Tage geeignet. Liebe Grüße, Leni. Also erstmal ein sehr schönes, professionelles Feedback. Das habe ich auch ehrlich gesagt von Leni erwartet. Und ja, sie sagt zum Schluss, das finde ich ganz interessant, für kalte Tage geeignet. Also da bin ich auch ganz bei ihr. Und sie sagt, dass sie den Duft für eher männlich hält. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Also es ist ja ein Unisex-Duft, der sowohl für Männlein und Weiblein gleichermaßen geeignet ist. Und es gibt manche Frauen wie Leni, die sagen, für sie fällt ja ein bisschen mehr auf die männliche Seite. Witzigerweise habe ich aber manchmal auch Männer, die sagen, für mich vielleicht ein bisschen eher die feminine Seite. Also und damit ist relativ gut bestätigt, dass es halt eben ein Unisex-Duft ist. Klar, wenn man jetzt natürlich wirklich so einen sehr süßen, blumigen Duft sucht, dann ist der AMA21 das nicht. Der hat schon Tiefe und Power und aber auf der anderen Seite ist er eben jetzt auch nicht so holzig, wie jetzt zum Beispiel ein Terremes, dass nur ein Mann ihn tragen könnte. Also insofern finde ich da nochmal ganz schön bestätigt, dass es eben ein Unisex-Duft ist. Interessant fand ich auch, dass sie jetzt gesagt hat, eine gute Portion Animalik. Es ist natürlich eine Animalik drin. Ich persönlich finde sie sehr leicht. Manchen Leuten fällt die gar nicht auf. Und Leni hat sie witzigerweise ein bisschen stärker wahrgenommen. Kommen wir mal zum nächsten Feedback. Dann kann ich da auch immer vielleicht nochmal auf einzelne Punkte eingehen. Und das sind jetzt die anonymen Feedbacks. Manche haben zwar dann am Ende auch ihren Namen runtergeschrieben. Aber natürlich halte ich das dann hier jetzt anonym. Leni hatte ich vorher gefragt, ob ich ihr Feedback hier vorlesen darf. So, lieber David, du hast wirklich einen einzigartigen Duft erschaffen. Habe ihn sehr positiv empfunden. Eventuell ein klein wenig zu viel Süße. Für die Jahreszeit eine absolute Empfehlung. Meine Freundin hat mir beim ersten Tragen direkt ein Kompliment gemacht und mich gefragt, was ich trage. Siage gefällt mir sehr gut. Haltbarkeit auch sehr solide. Den zweiten 10ml Flakon verschenke ich zu Weihnachten an meinen besten Freund. Ja, ganz nettes Feedback. Da brauche ich im Grunde auch gar nicht viel zu sagen. Ja, er hat jetzt hier geschrieben, ein klein wenig zu viel Süße. Und er hat ein bisschen Süße natürlich. Diese Armbarsüße, die durch das Vanillin natürlich vor allem kommt. Ich finde ihn aber tatsächlich, und das ist das, was die meisten Leute mir auch so widerspiegeln, sehr gut ausgewogen, was Süße angeht. Also nicht zu süß und halt eben auch nicht zu herb. Also für mich tatsächlich ziemlich genau in der Mitte. Das nächste Feedback. Hi David, du hast ein wahrhaftiges Duftkunstwerk geschaffen. Der Duft ist so komplex und öffnet alle paar Minuten neue Aspekte, die einen vor Eindrücken nicht loslassen, permanent den Duft zu inhalieren. Etwas Vergleichbares habe ich nicht gerochen. Der Duft hat so viele Facetten. Auf der einen Seite ist er im Kopf und in der Herznote frisch und leicht und geht dann vom Herz zur Basis in eine schwere, in positivem Sinne über. Die seinesgleichen sucht. Das Ganze ist dabei perfekt verblendet. Jedoch gefällt er mir persönlich nicht als Parfum. Trotzdem schnuppere ich gerne daran. Ja, auch hier hat die Person jetzt vor allem den Duft versucht, also nicht zu sehr aus der persönlichen Perspektive zu bewerten, sondern wirklich objektiv. Finde ich ein ganz schönes Feedback, weil mir war es tatsächlich wichtig, eben einen Duft zu machen, der nicht diese typischen, also manche Nischendüfte, die von ganz kleinen Parfümeuren kommen, sind einfach unrund. Und was natürlich auch ein bisschen mit der fehlenden Erfahrung des Parfümeurs zu tun hat, da muss man auch jetzt einfach mal so ehrlich sein, das ist einfach so. So, und das war ein Stadium. Ich hatte tatsächlich auch eine Phase, wo der Duft zum Beispiel eine sehr gute Fruchtigkeit in der Kopfnote hatte, die aber in der Herznote dann zum Beispiel so sehr schlagartig in die holzigen Noten überging. Und da war ein Bruch drin. Natürlich hätte ich das jetzt so lassen können, das war mir aber nicht gut genug und deswegen habe ich so lange daran gefeilt, bis dieser smoothen Übergang da war. Und ein Punkt, der hier noch angesprochen wird, ist diese sehr hohe Komplexität und die führt eben dazu, dass man im Grunde jeden Tag, wenn man diesen Duft trägt, eigentlich was anderes wahrnehmen kann, weil die Nase kann sich ja nicht auf zu viele Düfte gleichzeitig konzentrieren. Wenn man sagt, oder das sind zumindest so Forschungsergebnisse, von denen ich mal gehört habe, dass so vier Düfte gleichzeitig wahrgenommen werden können, vier Duftnoten, wenn es mehr ist, geht es schon nicht mehr. Und da sucht sich die Nase halt immer einen Schwerpunkt sozusagen und daher kommt es, dass man bei diesem Duft manchmal mehr was Holziges riecht, manchmal die Frucht mehr rausriecht, manchmal die Niasmin. Also es ändert sich tatsächlich und es schon changiert ein bisschen, kann man sagen. Ja und dann vielleicht das letzte Feedback, damit das Video hier nicht allzu lange wird. Der Duft trifft meinen Geschmack und gefällt mir extrem gut. Er ist hervorragend, harmonisch und kunstvoll komponiert. Die Rohstoffe wirken hochwertig. Er erinnert mich stark an die Kompositionen von Roja Darf. Für mich persönlich ist er der bessere Enigma. Dennoch empfinde ich den preislichen Sweet Spot bei etwa 90 bis 100 Euro für 30 ml. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Genau, da hat er sich auf den Preis bezogen, den ich mal als Ursprungspreis kalkuliert habe. Also wenn ich jetzt ganz normal steuerpflichtig wäre, hätte ich diesen Duft für 135 Euro verkaufen müssen. Da ich aber noch nicht umsatzsteuerpflichtig bin, erstens und zweitens jetzt auch auf eine, ich sag mal, dekadente Verpackung verzichtet habe. Es handelt sich hier meiner Meinung nach um eine qualitativ hochwertige Verpackung, aber eigentlich eine sehr simple, also kein dicker Glasboden oder so. Sehr simples schwarzes Violettglas, sehr guter Zerstäuber, aber jetzt eben kein Schnickschnack. Und dadurch kann ich den Lufthalt jetzt aktuell noch unter 100 Euro anbieten. Also es ist ja sowieso eine Limited Edition, das heißt, er wird auch dann nicht teurer, weil er danach nicht mehr produziert wird, zumindest nicht in dieser Form. Ja, und das war jetzt dieser Hinweis zum Preis. Interessant finde ich, dass er ihn jetzt hier mit Enigma verglichen hat. Ich kenne jetzt Enigma persönlich noch nicht. Die meisten, das haben wir ja auch aus den vorigen Feedbacks rausgelesen, sagen wirklich, es ist für sie ein komplett neuer Duft, den sie so noch nicht kennen. Das hat übrigens auch die Anni auf ihrem Insta-Channel. Die hat den Duft mal kurz dort gezeigt und sie sagte auch, sie kennt nichts, was so riecht. Und die Anni ist ja wirklich eine, die hat auch einen YouTube-Channel, die sich wirklich auch sehr gut mit Düften auskennt, gerade im Armbar-Bereich. Das ist so ihr Steckenpferd, sage ich mal, auch das Gourmandige, Vanillige. Und ja, also ist für mich natürlich auch ein Kompliment, wenn die Leute sagen, okay, ganz neu von der DNA her und trotzdem irgendwie total tragbar. Wie jetzt der Vergleich mit Enigma kommt, weiß ich nicht. Ich hatte auch einmal ein Feedback, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Kanal, da ist gesagt worden, erinnert in der Basis ein bisschen an Grossoir. Das kann aber auch einfach daran liegen, weil Grossoir natürlich auch ein Armbar-Duft ist. Grossoir ist meines Wissens nach ein sehr solider, herkömmlicher Armbar. Der hat dann wahrscheinlich nicht so diese Fruchtnoten, die jetzt meiner hier hat. Und ja, also insofern freue ich mich wirklich über Feedbacks. Was ein bisschen kritisiert wurde manchmal, ist die Kopfnote. Und das ist jetzt unterschiedlich begründet worden. Manchmal gab es Leute, die gesagt haben, also dieses Metallische in der Kopfnote, das gefällt mir nicht so. Manche haben gesagt, die Orangennote nicht so. Und ich habe mir jetzt wirklich die Kopfnote da nochmal vorgenommen und habe jetzt auch eine kleine Optimierung nochmal eingebaut. Ich habe das jetzt eben auch nochmal getestet. Mittlerweile ist die Kopfnote auf meiner Haut verschwunden. Also der Duft hat sich jetzt quasi nochmal angenähert. Ich habe mir halt überlegt, okay, wie kann ich diese ersten zehn Minuten noch, ja ich sage mal, erträglich angestalten. Und da ist mir eben aufgefallen, dass das Aldehyd, was da drin ist, das macht diese metallische Note. Das ist sehr wichtig, um diesem Duft Auftrieb zu geben. Also ich kann das jetzt nicht weglassen. Das heißt, könnte schon, aber dann wird tatsächlich die Qualität von diesem Duft geringer insgesamt. Deswegen brauche ich die. Was ich aber jetzt noch gemacht habe, ich habe einen Trick von bekannten Parfümeuren auch angewendet. Ich habe dem Aldehyd noch etwas frische Rosenessenz hinzugegeben, und zwar türkische Rose und bulgarische Rose. Bulgarische ist die teuerste, da kostet das Gramm 40 Euro, wenn ich das einkaufe. Bei der türkischen sind es 30 Euro. Ich habe die jetzt gemischt, weil die sind beides frische Rosen, Rose Otto. Aber diese bulgarische Rose, obwohl sie teurer ist, die finde ich schon sehr grün am Anfang. Deswegen fand ich es ganz gut, die jetzt mit der anatolischen Rose einmal zu kombinieren. Und da ist jetzt gerade so viel drin. Also es wird jetzt dadurch nicht zum Rosenduft. Da ist jetzt wirklich nur gerade so viel drin, dass die Kopfnote harmonisiert wird. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Metallische des Aldehyds dadurch ein bisschen in den Hintergrund tritt. Übrigens auch diese leichte Animalik, die nach oben durchkommt, die wird auch in der Kopfnote etwas nach hinten gezogen, sodass diese Kopfnote insgesamt jetzt einfach gefälliger ist. Die DNA des Duftes ist komplett die gleiche. Es handelt sich ja wirklich nur um eine kleine Facette. Und alle, die diesen Duft jetzt ab heute, beziehungsweise eigentlich schon ab gestern bestellt haben, die kriegen diese etwas optimierte Version. Gestern habe ich nämlich schon zwei Bestellungen bekommen. Die werde ich heute abfüllen. Dafür werde ich jetzt diesen Duft nochmal filtern, weil dieser Liter, der lagerte jetzt im kühlen Keller. Der hat da überwintert sozusagen. Den werde ich jetzt nochmal filtern und dann abfüllen. Ja, jetzt ist das Video doch länger geworden, als ich ursprünglich angenommen habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal nochmal dabei seid. Nächstes Mal gibt es wahrscheinlich nochmal ein Video zum Thema Parfüm-Herstellung. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch hier dabei seid. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch.